Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Wenn ihr auf einem fortgeschrittenen Niveau Deutsch lernt, dann wisst ihr ja, dass es jetzt vor allem darum geht, den Wortschatz zu erweitern. Was die Grammatik anbelangt, seid ihr schon ziemlich fit, da kommt jetzt nicht mehr so viel Neues, aber was Redewendungen, Redefiguren und eben den Wortschatz betrifft, ist man beim Sprachenlernen ja irgendwie nie so richtig fertig. Heute kümmern wir uns hier bei Deutsch Plus mal wieder um euren Wortschatz und zwar schauen wir uns in diesem Video Nomen für Fortgeschrittene an und wie immer gebe ich euch jeweils auch einige Beispielsätze. Lasst uns anfangen. Unser erstes Substantiv heißt Unmut, der Unmut. Darin steckt das Wort Mut, aber Unmut hat nichts mit Mut zu tun und auch nicht mit dem Gegenteil von Mut, sondern Unmut ist das Gefühl von Enttäuschung, Ärger, Unzufriedenheit, Empörung oder Missfallen. Dieses Wort kommt aus der gehobenen Sprache, wir verwenden es aber relativ häufig und sehr oft steht es in Verbindung mit dem Verb äußern, also seinen Unmut äußern. Häufiger lesen wir auch seinem Unmut Luft machen. Auch das heißt so viel wie seine Unzufriedenheit zeigen. Wir schauen uns einige Beispielsätze mit dem Wort Unmut an. Als sie von den beschlossenen Kürzungen für das Projekt erfuhr, stieg Unmut in ihr auf. Bei der Versammlung machte er seinem Unmut Luft. Fünf Minuten am Stück schimpfte er über die schlechte Kommunikation am Unternehmen. Saskia äußerte ihren Unmut über diese Ungerechtigkeit. Unser nächstes Nomen heißt Kapriole, die Kapriole. Dieses Wort hören wir fast nur in der Mehrzahl. Kapriolen. Eine Kapriole ist eigentlich ein Luftsprung. Jemand schlägt eine Kapriole, heißt jemand springt, meistens kunstvoll, in die Luft. Zum Beispiel ein Tänzer oder eine Tänzerin oder auch ein Pferd, denn Kapriole ist auch die Bezeichnung für einen bestimmten Sprung im Reitsport. Die zweite und viel bekanntere Bedeutung von Kapriole ist aber ein verrückter Einfall oder eine launenhafte Idee. Wer Kapriolen macht oder Kapriolen schlägt, macht also aus einer Laune heraus Unsinn. Eine Kapriole kann auch ein übermütiger Streich sein. Und wenn jemand Kapriolen schlägt, dann kann er auch unberechenbar sein. Das gilt übrigens nicht nur für Personen, auch etwas kann Kapriolen schlagen. Und wenn etwas Kapriolen schlägt, dann ist es wechselhaft und ändert sich ständig und unvorhergesehen. Hier kommen ein paar Beispielsätze. Ich habe die Nase voll von deinen Kapriolen. Du kannst dich nicht alle zehn Minuten umentscheiden. Seit dem Verkauf schlägt die Aktie an der Börse Kapriolen und Investoren sind verunsichert. Er ist ständig auf Provokation aus und verschreckt mit seinen Kapriolen seine Fans. Weiter geht es mit dem Begriff Errungenschaft. Die Errungenschaft. Das Nomen Errungenschaft ist verwandt mit dem Verb erringen. Und wenn man etwas erringt, dann erreicht oder schafft man etwas durch Fleiß oder durch Einsatz. Und dieselbe Bedeutung trägt auch das Substantiv Errungenschaft. Eine Errungenschaft ist etwas, das durch große Anstrengung erreicht wurde. Es ist eine Leistung, ein Verdienst und auch ein gutes Ergebnis, das man mit Mühe erzielt hat. Häufig ist mit Errungenschaft auch ein Fortschritt oder ein Meilenstein für eine Person, für eine Gruppe von Menschen oder sogar für die Gesellschaft im Ganzen gemeint. Manchmal bezeichnet das Wort Errungenschaft auch etwas, das man angeschafft, also gekauft hat. Hier kommen ein paar Beispiele, die die Bedeutung und die Verwendung von Errungenschaft verdeutlichen. Das Internet ist die größte technische Errungenschaft der vergangenen 30 Jahre. Unsere Unabhängigkeit ist unsere größte Errungenschaft. Und noch ein Beispiel. Diese schicken Schuhe sind meine neueste Errungenschaft. Hier steht das Wort Errungenschaft also für Anschaffung. Weiter geht es jetzt mit dem Substantiv Verzug. Der Verzug. Das Wort Verzug benutzen wir eigentlich immer im Singular. Und Verzug bedeutet nichts anderes als Verzögerung oder Rückstand. Wenn etwas im Verzug ist, dann ist es also nicht pünktlich fertig, dann kommt es verspätet oder es ist noch nicht auf dem Stand, auf dem es sein sollte. Es gibt eine Reihe von ganz klassischen Formulierungen mit diesem Wort, die ich euch jetzt anhand einiger Beispielsätze vorstelle. Wir sind mit dem Projekt in Verzug und müssen die verlorene Zeit unbedingt aufholen. Oder diese Angelegenheit duldet keinen Verzug. Das heißt also, diese Angelegenheit muss sofort oder so schnell wie möglich erledigt werden. Sehr häufig hört man die Wortverbindung Gefahr im Verzug. Das ist ein Begriff aus dem Rechtswesen und bezeichnet den Umstand, dass ein Schaden entstehen könnte, wenn eine Behörde oder eine Person nicht sofort handelt. Auch hierfür zeige ich euch einige Beispiele. Bei Gefahr im Verzug, zum Beispiel nach einem Wasserrohrbruch, müssen wir die Anlage schnell betreten können. Für Hausdurchsuchungen braucht die Polizei eine Genehmigung. Es sei denn, es ist Gefahr im Verzug. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Nomen, nämlich Proviant. Der Proviant. Gemeint ist damit ein mitgebrachter Nahrungsvorrat. Man könnte auch ganz einfach sagen, Essen für unterwegs. Einen Proviant nimmt man also mit, wenn man länger von zu Hause weg ist, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag wandern geht oder auf Reisen ist. Und die Beispielsätze? Wir haben für zwei Wochen Proviant an Bord. Auf der Strecke gibt es kein Restaurant und keinen Supermarkt. Nimm dir einen Proviant mit. Sie sind ohne Proviant zu ihrer Wanderung aufgebrochen und jetzt sind sie sehr hungrig. Unser nächstes Wort heißt Rezension, die Rezension. Und dieses Wort wird sehr, sehr häufig verwechselt mit einem anderen, das ähnlich klingt, nämlich Rezession. Rezession bedeutet so viel wie wirtschaftlicher Abschwung. Rezension meint etwas ganz anderes. Eine Rezension ist eine kritische Besprechung oder Beurteilung eines Buches, eines Films, eines Theaterstückes oder eines Produktes. Aber meistens sind es kulturelle Werke, die da rezensiert werden. Hier kommen wie immer einige Beispielsätze. Der Verlag schickte der Autorin wöchentlich alle erschienenen Rezensionen zu. Bevor ich ein Buch kaufe, lese ich im Internet die Rezensionen anderer Kunden. Und hier noch ein Beispiel von der Website auf der Bühne.de. Hier findest du alle wichtigen Informationen und viele Rezensionen zu sehenswerten Theaterstücken, Opern, Musicals, Tanzstücken. Gerade haben wir ja über die Rezensionen gesprochen und jetzt geht es um den Verriss. Der richtige Artikel ist also der, der Verriss. Und ein Verriss ist eine sehr schlechte Rezension. Eine Besprechung eines kulturellen Werkes, die nicht nur sehr kritisch oder ein bisschen negativ ist, sondern eine vernichtende, sehr, sehr schlechte Kritik, die gar kein gutes Haar an dem Stück, an dem Buch oder an dem Film lässt. Und die Beispielsätze? Im Redakteur gefiel die neue Inszenierung überhaupt nicht. Er schrieb einen zweiseitigen Verriss. Trotz vieler Verrisse in den überregionalen Medien wurde das Buch ein riesen Erfolg. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen und ihr habt ein paar neue Nomen gelernt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann hinterlasst mir gern hier einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video hier bei Deutsch Plus wieder dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.